Ich glaube, ich muss mal so ein Cheat installieren, dann wäre ich gekickt und dann meinen neuen Account, dann fangen wir wieder bei Null an. Ich glaube, um ehrlich zu sein, man muss einfach... Oder du spielst einfach schlecht kontinuierlich, dann wirst du auch runter... Oh, du bist schon raus? Ja, du hattest unter sich Geld markiert? Ja, ja, ich habe es markiert. Ich wusste nicht, ob du es gesehen hast, sondern habe mir gedacht, okay. Ah, okay. Naja, aber stressfrei, also fliegt... Ja, alles gut, alles gut. Ja, okay, dann gehen wir da runter. Genau, genau. Oh, da kommt... Oh! Siehst du es? Das ist geil. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, aber kein Stress. Da müssen wir uns jetzt... Oh yeah, da wird es jetzt Spaß. Ey, lass... Lass mal die Hallen nehmen da. Die Hallen sind, glaube ich, ganz gut. Und die sind... Im Worst-Cast-Szenario sind die auch noch... Ähm... Ah, es sind keine Player gewesen, oder? Ne, waren keine Player. Waren alles Boxglocken. Weiß ich nicht? Ne, ne, waren Boxglocken. Weil die so leichtmäßig runtergegangen sind? Ja, ja, genau. Erstens das und zweitens mal, die haben auch keine bunten Fallschirme gekauft. Meinen habe ich auch noch nicht so lange. Dabei ist es in irgendeiner Truhe. Ja, ich glaube... Und ja, sie sind sehr gleichmäßig klo. So, ne AK habe ich schon mal. Ist gut, ich komme zu dir, glaube ich. Ich habe bisher nur eine Pistole, ey. Wenn jetzt einer über den Weg läuft, dann bin ich geliefert. Mehr ist hier auch nicht drin. Helm ist hier nochmal... Okay, ich habe zumindest mal... Okay, es geht ab. Ja, ja, die sind nicht auch nicht ein. Äh... Also das ist ja auch ein Duo. Also du müsstest ja zwei Team tragen. Pass auf, wir können hier nochmal rein. Okay, was du sagst ist... Wir spielen nicht... Gegen Bots. Das ist ein... Ach doch, das war doch Casual, oder? War schon Casual. Okay. So, jetzt machen wir erstmal hier. Die UMP ist eigentlich nice. Weiß nicht, ob die was für dich ist. Ja, super. Ist gut. Aber ich habe hier die... Die AK und die... Ja... M16 auf hier. Achso, du kannst, wenn du alles auf... Wenn du nur eine Munitionssorte nimmst, hast du ein bisschen Vorteil. Du musst nicht so viele Munitionstypen rumschleppen hast. Mehr... Effektiv schon mehr Munition für dich. Ja, das... Das finde ich auch. Da gebe ich dir recht. Aber ich musste erstmal nehmen, was kommt. Bist du schon drüben? Also ich komme dir mal mit. Damit wir da ein bisschen... Aber bei dir im Haus liegt noch eine Org. Bei dir im Haus liegt noch eine Org. Ja, habe ich hier. Willst du die meine 7er Munition haben? Ne, ne, ich spiele ähm... M4 und M16 gerade. Ich brauche eine Mark 12 oder eine Mini. Als Sniper. Ich habe noch nicht mal einen Rucksack gefunden. Oh. Okay. Ja, das... Das ist immer das Frustrierendste. Wenn man einen guten Loot vorbeilaufen muss, weil kein Rucksack da ist. Ja. Schrecklich. Da liegt noch eine Org. Das ist ja unglaublich. Ich glaube ganz ehrlich, die Bots sind alle losgerannt, weil die Zone weit weg ist. Wir nehmen an, dass die Tür auf... Wir nehmen aber auch noch einen Ring. So. Wir brauchen ein Auto irgendwann. Das müssen wir uns holen. Ja. Aber... Ja, ja. Genau. Aber... Also ich... Würdest du jetzt erstmal... So, dann gehe ich rüber auf die A. Kannst du meine 5er haben? Aber das klingt nach einem Plan, ja. So. Das auch schmeiße ich wieder hin. So. Ich packe mir jetzt 7er rein. Hier liegen auch noch 5er. Ein paar drin. Und... Ah, ich habe keinen. Ich habe auch komischerweise tatsächlich nur einen Level 1 Rucksack. Was ist das? Erstmal hier... Das... Hier gibt es meistens guten Looter in dieser komischen... Was ist das? Ich glaube, wir sind hier allein. Ich glaube, die haben sich alle schon verzogen hier. Das ist so ruhig geworden. Aber das ist auch immer das Gefährliche. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Dass ich so ganz sicher fühle. Hier ist ja zumindest ein Level 1 Rucksack. Hier ist ja auch noch 5er Munition für dich. Ich renne nochmal zurück. Weil liegt mir da noch die Munition dabei. Hier liegt auch noch. Äh, hier liegt... Ah, na wohl. Ne, sind nur 30 Schuss. Ne, ist nicht viel. Immerhin. Ich habe... Schmeiß auch nochmal 30, Digga. 35, Digga hin. Und ich... Boah, ne. Ich habe 300 Schuss. Passt. Also ich brauche nichts mehr. Ja. Das reicht für die erste Horde. Für die erste Horde muss das reichen. Was ist Megamarsch? Das wird in ganz Deutschland veranstaltet. Das sind so Extremwanderungen. Oh Gott. Was macht ihr alle für sportliche Sachen? Hey, ist ja Wahnsinn. Komm... 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 ...Motor hat auch... Kommt... ...Motor hat auch sowas gemacht. Genau. Und, äh... Und... Ja, stimmt. 50 Kilometer zusammen. Boah, krass. 50 Kilometer ist hardcore. Ja, aber ich laufe sonst um Hamburg 100. Oh mein Gott. Aber das habe ich dieses Jahr nicht hingekriegt, weil wir im Osterurlaub waren. Okay, krass. Und dann habe ich mich für Frankfurt angemeldet. 100 Kilometer um Frankfurt. Oh mein Gott. Da könntest du mich so zusammenkehren danach. Also ich habe mal... Ich habe mal so 70 Kilometer in einem Tag gemacht oder so. Also so nachts los. Und dann so... Das ist mehr oder weniger so eine gepimpte Wallfahrt gewesen. Also nicht irgendwie aus religiösen Gründen, sondern halt einfach nur, um zu testen, ob ich es schaffe. Ey, die konnten mich danach... Ich musste dann... Ich musste danach irgendwie so... So ein paar Tage in den Krücken laufen, weil meine... Meine... Kniescheiben so... Oder beziehungsweise meine Kniegelenke total hinüber waren. Da war nichts mehr zu holen bei mir. Ja, das ist auch hart. Gerade auch diese 100 Kilometer. Aber... Ich bin immer ganz erstaunt, wie schnell sich der Körper wieder erholt. Ich fahre dann, wenn das Samstag ist, meist Montag nicht ins Büro. Okay. Aber eigentlich geht das dann für mich. Ey. Wir brauchen ein Auto. Ja. Komm mal. Ich suche... Ich renne die ganze Zeit schon hier rum, aber ich finde keins. Ja, kommt es darauf an, dass du gute Schuhe hast und ähm... Ja, das... Du kannst dann alles fahren. Ganz billig dann haben, aber... Schuhe... Ja, ja. Oh, irgendwo lag ein Fahrrad vorne, aber eins hilft das auch nicht weiter. Da hinten sind zwei Sitter. Ja, super. Ja, okay. Gut, dann machen wir mal uns vom Acker hier. Meine Frau hatte mir das großkotzigerweise Donnerstagmittag in der Mittagspause als Screenshot geschickt, dass da der Megamarsch an der Oste ist. Hm. Und die läuft höchstens so 20 mal mit oder sowas so am Sonntag. Ach so, sie hat nicht gebaitet sozusagen. Ja, und dann habe ich schon wieder die Tickets bekommen. Haha. Ha. Oh Gott. Okay. Ja. Ach sie... Ach so, du hast zwei Tickets gebucht. Ja, ja. Okay. Okay. Ach krass. Okay. Wahnsinn. Ja, gut. Ja. Eigentlich wollte ich breiter... trocken hier. Mit meiner ganzen Feuerwehr-Truppe auch. Und wenn ich immer hier reingucken... Oh, aber... wurde es ja nicht. Ja. Musstest du... Musstest du... Haha. Ja gut, aber ich glaube es ist auch ganz gut. Ganz ehrlich, also ich verbringe potenziell auch eher zu viel als zu wenig Zeit am Rechner. Da muss ich auch mal was machen hier. Aber jetzt hat es bei uns nochmal angefangen zu schneiden. Da habe ich jetzt nochmal eine Woche... eine gute Ausrede gehabt hier wirklich. Ja. Ja, echt. Ja, das war gestern vor der Woche. Nein. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. Also... Das stimmt. Das... War ein bisschen komisch. Ups. Es ist eine große Frage, wo geh mal hin? Ja, warte mal kurz mal. Ähm... Irgendwie ein bisschen Material drauf. Hier rechts sind zwei Häuser. Ganz perfekt. Ahja, das... Vielleicht können wir da nochmal... Schalli oder irgendwas finden. Hinter uns waren ein paar Gegner. Äh... Ein 6er Scope und ein Schalli wäre cool. Aber wenn ich das nicht kriege, dann ist es mir jetzt auch wurscht. Äh... Ne, lass... Lass uns erstmal lieber in die Zone... Sorry. Ja... Ich bin nicht so gut im Auto fahren. Ich fahre da öfters mal Leute versehentlich. Wollen wir die Schule probieren oder ist es uns zu riskant? Nein. Hier... Gucken wir mal ein bisschen. Okay. Wir würden das Haus erstmal rein? Ja. Zusammens... Ich würde hier ein bisschen zusammenbleiben. Ich glaube, das ist dann... Können wir es besser wehren. So, was brauche ich dann? Äh... Gegner? Ah ne... Oh Gott. Das war's du. Oh mein Gott. Ich dachte, der kommt dann hoch in die Treppe. Wir haben einen übersehen. Ich dachte, wir haben einen übersehen. Die Schritte. Das war auch... Äh, Moment. Ich habe nur... Oh mein Gott. Ich habe nur einen Red Dot für meine Sniper. Das geht nicht. Ich brauche noch... Ich brauche unbedingt noch ein... Hörnglas. Ja. Hier ist ein Vierer für dich. Immerhin. Ah ja. Okay. Das ist gut. Ich dachte gerade... Ich sehe nicht. Ich dachte, ich habe ein Sturmgewehr. Aber in Wirklichkeit hatte ich tatsächlich den schon ausgerüstet. Ja. Habe ich den markiert. In dem Klassenraum. Nein. Oh. Ich habe einen Buggy gesehen. Ich habe einen Buggy gesehen. Die Bahnen? Ja. Ja. So. Kommen die her? Ich höre sie bisher nicht. Ich höre sie bisher nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist aber kein Buggy jetzt. Das ist ein Dings. Das war das Motocross Ding. Achso. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass sie nicht trotzdem zusammen sind. oder nicht in einem Team. Okay. Ey, es gibt hier nichts, ne? Ich sehe es noch mit meiner Sniper. Mit der Mosin. Moped? Ja. Ist aber... Er hat aber auch dabei. Ja, ne, ist weg, ja. Da ist der Buggy. Ja. Kompensator. Ja. Die fangen ja auch weg da drüben. Hier. Ja, ich sehe es. Ja. Okay. Was machen wir jetzt? Wir schnappen uns jetzt. Wir verkrümmeln uns wieder Richtung, äh, Auto und fahren auch in die Zone rein. Würde ich auch machen. Ja, da kommen wir gar nicht erst in den Stress. Oh, da klaut unser Auto. Lass die Dings überfahren. Äh, ich bin überfahren. Wo ist er? Der ist genockt. So. Jetzt, jetzt schnell, jetzt schnell. Oh mein Gott, ich flipp aus. Ich, ja. Oh, das war super. Ich hab den rausgehauen aus dem Auto. Ich bin kein... Oh, ne, schaut ihr aus, wie kaputt das Auto jetzt ist. Es hat voll die Löcher. Es hat... Es hat circa 300 MG Schuss drin. Ja, das warst du. Was war... Ich hab ne Idee. Wir machen jetzt einfach mal hier Emergency Pickup. Wir haben keine Lust hier auf... Oh, da löchert das Auto hier. Ne. Wir machen das jetzt ganz so. Oh, jetzt einfach noch in der Front. I like. Okay. So. Äh, wir könnten uns theoretisch... Schießen auf uns? Ne, ne. So, ich bin dran. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, ey. Schmeiß mal einen Smoke. Oh, das wird hässlich. Ja. Das wird voll hässlich. Bin ich eigentlich noch dran? Ich kann das... Ja, ja, du bist noch dran. Gut. Oh mein Gott wird das jetzt hässlich. Ich höre, was? Ohohoho. Ohohoho. Das war alles knapp. Ohohoho. Das war alles knapp. Autsch. Autsch. Die Treffen. Das ist... Ja, ja. Ich glaube, die sind böse auf uns. Lass mal versuchen, zu dem Compound zu gehen hier. Ja. Ach ne, es sind überall welche. Okay. Wir versuchen auf dem Dach von dem Haus zu landen. Von dem Haus. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah ja, da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich habe es nicht geschafft. Natürlich schaffe ich es nicht. Ich schaffe es nie. Aber ist egal. Aber wir sind hier alleine. Das war schon mal gut. Ey, die haben ihren Buddy zurückgeholt, glaube ich. Okay. Ich glaube, die haben ihren Buddy zurückgeholt. Who's got the rock, that one? Was... Was meinst du? I got the rock, that one. Der hätte doch nur beiget. Komm drauf. Ah, geil. Ich habe noch eine... Ich habe noch eine... Das gefällt mir. So, wie kriege ich den jetzt mal mit rein? Da braucht doch nur zwei treten. Äh, du kannst... Du kannst... Warte mal, lass mal über... Lass mal... Boah. So, ich bin ja gerade mal sicher. Kann ich doch dazu holen. Wir sind doch... Ja, mach mal Create Invite und dann suchst du mal nach... Also, wenn er bei uns im Kanal ist, kann er sowieso beitreten. Was heißt Create Invite? Ähm... Du... Ähm... Du gehst auf den Kanal und sagst... Ähm... Create Invite. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich hab... Das bin ich. Okay. Glaube ich. Also... Ne, hier gefällt es mir gar nicht. Create kommt direkt bei uns runter. Ist hier vorne. Ne, das sehe ich nicht. Auto. Auto, Auto, Auto. Ja, ja. Wir gehen ganz... Wir gehen hoch. Ja. Wo hast du das Auto gesehen? Ich hab's nur gehört. Ich hab's nur gehört. Ich hab's nur gehört. Aber irgendwo bei... 125 würde ich tippen. Ja, okay, okay. Ah, hier. Oh, warte mal. Auf links. Gegner, hier. Wollen wir schießen? Auf rot? Haben die uns gesehen? Ja. Ja. Aber er hat da so'n Schuss. Ne, warte mal. Lass mich mal hoch. Ja, ja. Lass mich hoch. Ja. Lass dich durch. Ja, also wenn wir Sicht haben... Ja, Feuer frei. Eins, zwei, drei. Wir haben ihn. Super, haben wir. Klasse. Gut abgepasst. Perfekt. Aber war auch jetzt noch... Da muss irgendwo noch ein... Ja. ...Buddy haben. Komm auch jetzt mal wieder rein. Denk an... Denk an Booster. Ja. Oh, wir haben die beste Zone. Wir haben die... Äh, das beste. Wir haben so ein Glück. Shit, es kommt ein Fallschirm runter. Ja, das ist doch cool. Den können wir aus der Luft holen. Wenn wir sehen, wo er ist. Der... Der kommt zum Looten bestimmt zu uns runter jetzt. Ja, warte. Dann gehen wir aufs Dach. Guck mal im Himmel rum. Dann... Ah, ja. Hier. Oh. Oh, ich bin genau. Komm rüber. Komm rüber. Komm rüber. Ja, jetzt. Schaffst du es? Ja. Oh, nein! Mit der Letzten. Ah, der war dumm auf dem. Ja, ja. Okay, jetzt... Oh, jetzt... Jetzt werde ich wahrscheinlich... Äh... Wie soll ich sagen? Ja, die wissen natürlich, dass du da bist. Ich kann mir jetzt so einen kleinen... Hinter die Hügel. Hinter die Hügel. Genau. Das ist, glaube ich, besser. Da irgendwo in der Natur. Die Hügel. Es gibt nichts, was mehr Frieden schafft, als 120 Schuss aus einer MG. Wo sind so meine Spezies? Da. Äh, warte mal. Hinterm Haus. Genau. Ich kann ja nicht mehr markieren. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ach, shit. Keine Granaten. Das wäre jetzt natürlich schon schön gewesen. Ah, ich hab noch fünf irgendwie rum. Oh mein Gott. Hast du es gesehen? Hm. Links Ware. Mit einer Sniper. Ja. Ja, jetzt kann ich... Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Ich finde, eigentlich bist du da ganz gut aufgehoben. Die müssen dann kommen. Von hinten kommt nichts mehr. Ja. Ja, die können ja jetzt von zwei Seiten kommen. Das ist ein bisschen doof. Oh no. Ich muss auf sie zu. Sind die jetzt noch... Sind die in einem Team oder sind die drei gegen mich? Nö. Können ja eigentlich nicht. Wir spielen ja Duo. Muss ja einer noch extern sein. Wenn es... Wir spielen Duo? Ne. Wir spielen Casual. So. Okay. Ja, ja. Wir spielen gegen Viererteams. Ja. Ja. Ne, aber die schießen auch einander. Das ist erstmal gut. Ja. Ja. I don't like that. Come on, ABM-Typ. Was willst du denn? Wo ist er? Ich konnte nichts nehmen. Da. Ja, das waren zwei. Oh mein... Und siehst du das? Tier 5 Level 500? Was waren das? Bitteschön. Ganz ehrlich, man. Ja, das ist halt... Keine Ahnung. Ich weiß halt immer nicht, was ich machen soll bei so einer Situation. Wenn du gegen zwei Tier 5 Level 500... Was ist das, Leute? Oh mein Gott. Ja.